So kommt, euch gehts auch noch mit. Solange die Wölfe jetzt nicht Aufmerksamkeit werden. So, die hätten wir auch. Ah, tschuldigung. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Mh, können wir da hochgehen ohne das? Ich fürchte nicht. Ich schaue ich mal an dem vorbei. Dann werde ich aus. Haben wir eigentlich Fackeln, wollte ich gerade fragen. Andererseits. Ne gut, haben wir nicht, aber sowieso alle paar Meter hier kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Da kommen die Zuschauer. Komm, ey, das sollte jetzt... Das ist jetzt echt gerade ein Witz, oder? Als ob ich mich immer ausgerechnet an Goblins ausbeiße, weißt du? Nehmen wir halt einen anderen Weg. Hoffentlich wird dort das Anfall nicht belagert. Ne, sieht gut aus. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Wobei, ich glaube, ich müsste sowieso jetzt schlafen. Wenn mein Vorhaben gelingen soll. Weil die Arbeiterinnen sind sowieso alle in der Rüge drin. Da sind sie zum Beispiel alle. Tagsüber ist hier nämlich gar keiner. Da ist die Anna. Der kann man nicht reden, komischerweise. Na gut. Der Weiberhuf. Ja, ja. Na toll. Mein Handy macht gleich hier einen Abschied. Was für eine friedliche Nacht. Ich muss mal schnell Kabel holen. Warte mal. Sonst müsste ich auf gut Glück hier beenden. Das wäre jetzt nicht so toll. Oh ne, ich kann jetzt schlecht am Handy machen. Äh, am PC anschließen. Mein Handy. Weil ... Weil dann ist es ganz vorbei. So, das ist gerade mal anschließend. Tut mir leid. Oh, ich hätte vielleicht auch bis mittags pennen sollen. Weil das sind die... Oh, definitiv am Arbeiten. Anliegen, die gehen jetzt alle runter. Ne, da ist noch eine. Na, fahrt los. Naja. Ach so. Nee. Ich wollte gerade sagen, die gucken so oder so hinterher. Ossianer ist schon mal nicht hier, aber die Arbeiterin ist noch da. Heißt, ich könnte tatsächlich doch noch nicht rein. Oder geht's jetzt? Nee. Ich dachte schon. Nee, die eine hängt da. Oh, da ist ein Lurker. Nee, da halte ich mich noch fern. Vor allem würde ich jetzt da oben reingehen. Reingehen? Da schreckt die Alte doch Alarm. Oder Kevin, wie war das? Pfff. Weißt du was? Ich hab jetzt quasi den Thermal rechts von hier. sagen wir mal 100 Grad Winkel. Rechts von mir. Was für eine friedliche Nacht. Und die noch gar nicht übernachtet habe, sondern den Vormittag verpenne. Ist die Alte endlich weg. Komm, weißt du was? Wenn die auftauchen sollte. Nein. Ist das jetzt so blöd? Blöd. Die kommt jetzt bestimmt gleich rein. Da ist sie. Mach, dass du hier rauskommst. Nö, seh ich nicht. Ja genau, hau ab. Naja, solange ich im echten Leben nicht so bin. Das ist der Nachteil. Wenn man jetzt Akrobatik kann, dann komme ich jetzt da nicht mehr ran. Habe ich das jetzt oder? Schlüssel. So. Das kannst du machen, was du willst. In dieser Truhe waren jetzt nämlich die Rüstung drin. 25 Stärke benötigt. Wenn man auf Normal spielt, hat man ja nur 15 gebraucht. Cool war. Ah, da lege ich was an den Tag war. Ich hätte nur noch 5 Stärke übrig. Also, Rüstung verwahren. Ich hätte eigentlich genauso gut jetzt andere Rüstung holen können. Rüstung kaufen können, auch. Auf die alte Schattenkluft verzichten können, aber naja. Weiß nicht. Oh, die Eichenblatte schwebt doch gerade mal so. Ich meine, hier kann ich es mal ausprobieren. Postiges Schwert. Was ist da für 5 Stärke nur? Oh, ich hätte danach gar nicht mehr gespeichert. Was? Gut, ich versuche mal so wieder zum Baum nicht zurückzukommen. Da war ja ein Schluss. Ich werde jetzt. Okay. 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 Was ist das? So, alles friedlich, ja? Lala Dobbys, alles ruhig, ja? So, die haben nichts mehr zu jagen, gut. So, die haben nichts mehr zu jagen. So schön, wie die Musik gerade ist. 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 Nix los. Na ja, gut. Ach ja, jetzt wo ich hier so schön am Feld entlang gehe. Speicher ich hier. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Aufnahme. Macht es gut.